Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty Oxbow. Ich habe schon ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Das Kohlefeld hier habe ich schon mal abgeerntet. Die Jungs machen hier bei dem weiter und ich habe auch schon den Hafer hier eingetütet und damit die das hier auch rechtzeitig schaffen abzuernten und die neuen Felder zu bestücken. Ich mache mal ein Roggenfeld mehr, also ein 50er und ein 25er, dass wir ein bisschen Luft haben für die Tiernahrung, um ausreichend Tierfutter herzustellen. Ich habe 50 Kohlsuppen noch mal gekocht. Unsere Leute haben noch 75 im Nahrungsmittellager, von daher sind die gut versorgt und wir haben reichlich Kohle. Jetzt mal wieder ein bisschen zu wenig Fleisch da. Ich werde mal hier bei Rotte vorbeischauen und die mal ein bisschen aufsätteln. Wir reiten nochmal los. Wir brauchen immer noch zwei Damen. Eigentlich wollte ich reiten. Und ich würde tatsächlich noch mal ein Pferd holen, das wir hier in den Stall packen können. Irgendwie klappt das mit dem Nachwuchs nicht so richtig. Wahrscheinlich, weil ich zu oft mit Hotto unterwegs bin. Das heißt, wir reiten einfach mal rüber nach Skowki. Da gab es doch, glaube ich, die Pferde, ne? Dann würde ich da nochmal eben ein Pferdchen besorgen. Wir gucken gleich mal, wer da am Feuer sitzt. Wir müssen ja hier lang. Es hat richtig Nachwuchs gegeben bei den Schafen. Also nochmal zwei kleine Schäfchen dazu gekommen. Und wir sind in froher Erwartung. Die Leonarda und ich. Zeig euch gleich. Oh. Warte, beruhig dich. Ich mach langsam. Meine Füchsen vorbei. Hat also tatsächlich was gebracht, mit der Fackel in Unterhosen vor der Hütte zu warten. Fand sie wahrscheinlich irgendwie ansprechend. Die Leonarda. Gott sei Dank. So, das geht ja mal ruckzuck hier. Diesmal auch gar nicht auf die Fresse geflogen. Hotto freut's. Der ist schon ganz ausgeleiert. Der arme. So. Aha. Haben da schon mal zwei da. Lass mal gucken, ob wir was Vernünftiges finden können. Nur einen fürs Jagen. Oder einen, ne? Das ist nicht so geil. Die Kerle sind natürlich beide für die Gewinnung da. Aber, hm. Ich wollte jetzt erstmal kein weiteres Haus bauen. Solange wir noch zwei zur Verfügung hätten. Dann lass uns mal hinten bei den Pferden gucken. Ich glaube, das war hier. Ich hoffe es. So, gemütlicher Ausritt. So kann es doch losgehen hier. Achso. Ah, Mist. Ich hätte beim Schmied anhalten sollen. Hier sind Esel. Woher habe ich die Pferde gekauft? Warte mal. Wir verkaufen trotzdem mal die Kohlsuppe. Was denn hier beim Schmied, wenn er gerade da wäre? So zu Hause? Ja, sieht so aus, ne? Morgen. Heute, ich. Hast du mit Nazibor Frieden geschlossen? Ja, er hat mir Bier gebracht. Wir haben getrunken. Wir haben geredet. Es hat sich herausgestellt, dass der Kerl einfach verloren und einsam ist. Er sucht versäufelt nach einer Richtung im Leben. Wenn er nicht so seltsam wäre, könnten wir vielleicht sogar Freunde werden. Es gibt kein Problem, dass man mit Bier und einer Unterhaltung, nicht mit Bier und einer Unterhaltung gelöst werden kann. So sieht es aus. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier Kohlsuppe. Guck mal, der hat immer richtig Asche, der Kerl. Der nimmt die 50 Kohlsuppen aber gerne mit. Achso, warte mal. Wo finde ich nochmal? Erde? Alter, bin ich doof in Piestovia? Ach ja. Scheiße, draußen. Na ja, wir wollten ja eh am Feuer gucken. Dann, ja, sehen wir uns da, ne? Schauen wir mal, wer hier so rum sitzt. Ich hoffe, hier ist endlich mal was dabei. Ich bin schon eine ganze Weile am Suchen für vernünftige Mitarbeiter. Was haben wir denn hier so? Das ist Schrott. Ja! Waldwiener! Waldwiener, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich kann dich noch mitnehmen. Sicher. Großartig, wir sehen uns da. Herzlich willkommen in unserem Dorf. Hier seht ihr auch, ne? Leonada. Da kommt was. Da geht was. So, Waldwiener, du bist 23. Wo kommst du denn dazu? Hier hätten wir einmal den... Oh, das passt aber gut hier. Ja, dann kommst du direkt hier rein. Zu Rassimia. Sehr gut. Warte mal, hab ich das jetzt wieder falsch gemacht? Ja, hab ich. Oh, jetzt bist du drin, ne? Sehr gut. Okay. Wie ich immer einfach mit E aufsteigen will, ne? Das ist ernst auch nicht. Dann schauen wir mal... Nach den Pferden. Die waren, glaub ich, auf der anderen Seite. Was ist denn hier? Die waren auf der anderen Seite, glaub ich. Ja, ich meine schon. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ist egal, wir reiten jetzt hier rum. Besser gewesen, durch die Stadt zu reiten. Ja, ich glaube, hier kommen wir auch ganz gut lang. Junge, wie fleißig die hier Landwirtschaft betrieben haben. Guck mal, was ist mit den kleinen Mäuerchen hier zwischendrin? Das sieht auch immer ganz gut aus. Ah, hier sind sie doch. Das würde ich gerne bei uns im Dorf genauso machen. Oh, da, guck mal. Du siehst aber gut aus. Junge. 4000 ist es nicht gerade ein Schnäppchen, aber... Ich finde unten ist auch hübsch. Wie? Ja, komm. Ich kann nicht doch hier noch... Es hat nur vier Slots tatsächlich. Das heißt, wenn der Nachwuchs kommt, können wir gleich wen... Ne? Können wir auch gleich wieder wen verkaufen. Ja. Dann bleibe ich heute treu und wir gucken mal, wie es jetzt mit dem Nachwuchs klappt. Wollen wir nach einer Aufgabe schauen? Jetzt hier direkt eine Quest. Ne, ne? Wenn ich ehrlich bin, hätte ich eigentlich Bock nochmal nach Klonika zu reiten. Da war ich ewig nicht mehr. Schatten wir das noch? Da war ich wirklich ewig nicht mehr. Da war ich ja gar nicht, wo ich da langen muss. Oh. Okay, hier ist schon mal nicht so ganz richtig. Machen wir hier. So. Das dämmert schon ein bisschen. Ob ich das lieber auf den nächsten Tag verschiebe oder ob ich jetzt einfach durchziehe. Ich kann nochmal gucken, wer da so am Feuer sitzt. Oder leiste ich mir sogar mal eine Kutschfahrt? Könntest du auch machen. Die Brücke nervt. Hm. Nö. Ich glaube, wir ziehen mal durch. Ich bin auf der falschen Seite jetzt der Brücke, oder? Wir kommen da schon durch mit Horte. Einfach ein bisschen Gas geben. Allen Bären und Wölfen ausweichen. Ja, ich muss tatsächlich hier wieder rüber. War es nicht so wild. Genieße mal ein bisschen die Landschaft. Und ich glaube, wir kommen noch im Hellen an. Ah. Ich hoffe, mich überfällt hier keiner. Ich schreite einfach weg. Einfach mal gucken, wer da noch so am Feuer ist. Und vielleicht nehmen wir auch eine kleine Quest an. Dann wird es natürlich zeitlich wirklich ein bisschen eng. Außer es wäre nur eine Kleinigkeit. Aber ist es ja meistens nicht. Nichts Verdächtiges hier auf dem Weg, diesmal. Letztes Mal haben sie mir hier im Wald aufgelauert. Ich glaube, wir kommen ganz gut hin. Oh Gott. Wie du wieder am Schild hängen bleibst. Super schnell. Mit Horte. War kein Problem. Ich lasse dich mal hier draußen stehen. Ich gucke mal, was die hier so für uns haben. Der Holzfenner. Hast du eine Quest? Du hast doch keine Quest. Einer von euch? Nee. Noch weiter draußen? Ah, hier hinten. Dann gucken wir vielleicht sogar erst mal eben am Feuer. Ah, Cheboa. Bei dem hatten wir doch auch schon mal eine Quest, oder? Okay, hier sitzen nur Kerne. Jupp. Hier gibt es nur Kerne. Dann, nein, danke. Dann gehe ich lieber mal Chebo hinterher. Hey, nicht so tief in den Wald rein. Hallo. Kann ich dir bei etwas helfen? Du hast eine gute Intuition. Ich habe mir gerade gedacht, dass ich Hilfe bei einer Besorgung brauchen könnte. Na klar. Dann ist heute ein Glückstag. Mit Besorgung kennen wir uns aus. Es gibt ein Messer, das mir mein ganzes Leben lang treu war, seit ich ein kleiner Junge war. Es ist zu meinem Lieblingsmesser geworden. Natürlich wird es hin und wieder stumpf, aber anstatt es wegzuwerfen, bringe ich es zu Woitschich, dem Schmied in Skauki. Er schärft es mir. Die Klinge muss wieder geschärft werden, aber ich habe zu viel zu tun, um zu Woitschich zu gehen. Bist du so nett, das Messer zu ihm zu bringen? Und das mit scharfer Klinge zurückzubringen? Sicher, ich habe nichts Besseres zu tun. Prächtig. Hier nimm meinen Schatz mit und sei nur vorsichtig. Der Atemberauber ist nur das Beste gewöhnt. Der Atemberauber. Du hast dein Messer einen Namen gegeben? Für mich sieht es nicht so atemberaubend aus. Gleich mal anpissen. Du hast da mal seinen Namen gegeben? Ja, natürlich. Das ist toll. Nicht wahr? Der Name ist mir selbst eingefallen. So einzigartig und kreativ bin ich. Alter, das ist ja gemein. Verdammt, was bist du für ein Verlierer? Was bist du wirklich? Ich komme mit deinem geschärften Messer wieder. Spitzenmäßige Quest. Dann reite ich doch mal hin und her. Was ist denn hier hinten eigentlich noch? Ich habe hier nicht gerade noch einen Händler gesehen. Das war er. Achso, nee. Das war hier im Dorf. Da brauchen wir aber weiter erstmal nichts. Gut, dann schwinge ich mich mal auf Hotte. Machen wir erstmal wieder zurück nach Hause. Und morgen machen wir dann nochmal die Rundreise. Nicht lernfähig. Hatten wir ja schon. Ab im Dunkeln, schnell los. Ich hoffe, mich erwischt nichts. Wenn doch, ihr werdet es erfahren. Der neue Tag ist angebrochen. Zurück ins Gauki. Wollen wir mal jemanden finden, der uns das Messer schärfen kann. Ohne die Fichte mitzunehmen. Du bist das? Nein. Bogdana? Bogdana hat auch eine Quest. Oh. Natürlich. Entschuldigung. Ist man den Bengel umgerannt? Nee. Hier. Der Gilbert. Möge die Stärke mit dir sein. Ist ja auch eine Jedi, oder was? Du wirkst besorgt. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Nee, das ist eine neue Quest. Aber warum nicht? Ja, ich denke, das könntest du. Ich habe gemerkt, wie viel du für andere getan hast. Danke dafür. Bitte normalerweise nicht leicht um Hilfe, aber ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Ich glaube, er könnte etwas Schlimmes vorhaben. Die Jungen sind jung. Was könnte er Schlimmes tun? Nein, nein. Das wäre Lestek. Der Sohn von Dubravka und mir. Rede von Otka. Er ist... Ich habe wieder geheiratet, nachdem seine Mutter gestorben war. Ich verstehe. Ich stelle es mir ungern als Teil des Lebens vor, aber bin während des großen Krieges in den Uxburg gekommen. Damals war ich Soldat, jung, leichtgläubig und angelockt von den Versprechen auf Ruhm, Frauen und Münzen. Du hast vielleicht schon davon gehört, dass Piastovia im Auftrag des Königs errichtet wurde, als Andenken an den Sieg in der letzten Schlacht dieses Krieges. Ich habe in dieser Schlacht gekämpft. Aber auf Seiten der Verlierer. Du warst einer der Plünderer? So haben wir uns selbst nicht genannt, aber wir waren auch nicht gerade Freiheitskämpfer. Krieg war noch nie etwas Edles. Es geht immer um Land, Reichtum und das Wichtigste von allem. Mach! Aber ja, ich werde nicht versuchen, die Geschichte umzuschreiben. Wir waren die Angreifer. Warum erzählst du mir all das? Nach dem Ende des Krieges war ich einer der wenigen, die sich ergaben und gefangen genommen wurden. Man stellte uns für eine einfache Wahl. Arbeit in den Minen oder Tod? Ich musste nicht lange darüber nachdenken, was ich antworten sollte. Das war tatsächlich auch, wie Skawki entstanden ist. Am Anfang war es ein Straflager. Das ist, wo ich meine Frau getroffen habe. Meine erste Frau, Mia. Man könnte meinen, in einer schmutzigen Höhle angekettet zu sein, um bis zur Erschöpfung zu arbeiten, wären nicht gerade die romantischsten Umstände. Aber was soll ich sagen? Scheinbar kann selbst ein solcher Tiefpunkt ein guter Ort sein, um Liebe zu finden. Sie war eine großartige Bogenschützin, eine wunderbare Freundin und eine wahre Seelenverwandte. Und durch diese Liebe ist Otka entstanden. Das einzige Kind, durch dessen Adern das reine Blut meiner Vorfahren fließt, das jemals im Oxbow geboren wurde. Der alte Kastellan sah es als Zeichen, dass genug Zeit vergangen war, um unsere Verbrechen zu vergeben. Alle befreiten Gefangenen reisten am nächsten Tag ab. Aber wir blieben. Der Oxbow war längst zu unserem Zuhause geworden. Ich hatte keine Ahnung, dass du so viel durchgemacht hast. Wir waren glücklich. Wir standen einander nahe, aber Otka und ich entfremdeten uns nach Mias Tod. Noch mehr, als ich erneut heiratete. Er warf mir vor, ich würde versuchen, sie zu ersetzen. Aber das würde ich nie tun. Ich wollte einfach weiterleben. Die Jahre sind vergangen. Ich dachte, all die Wut und Frustration, die in Otka brannten, wäre mittlerweile erlöschen. Aber das ist nicht der Fall. Und ich fürchte, sie ist sogar noch schlimmer geworden. Vor einer Weile hat er aufgehört, zur Arbeit zu kommen. Ich möchte, dass du nach ihm siehst. Finde heraus, was er vorhat. Kein Problem. Ich bin gut darin, die Probleme anderer Leute zu lösen. Otka, ich war gar nicht wegen dir hier, aber war eine schöne Geschichte. Ich sollte mal die Quest einfach mal aktivieren. Junge, Junge. Warte mal. Nicht das schärfste Messer. Erstmal das. Was kann ich für dich tun, sagte Wojci. Cebo hat mich gebeten, sein Messer bei dir zum Schärfen abzuliefern. Hat er das? Und ist das Geld für seine offenen Zahlungen auch dabei? Offene Zahlungen? Dieses verfluchte Wiesel hat schon die letzten drei Mal nicht bezahlt, als ich etwas für ihn gemacht habe. und mittlerweile schuldet er mir eine ganze Menge Geld. Ich erledige nichts mehr für diesen Betrüger, solange er nicht bezahlt hat. Verdammt. Verstehe deine Wut, aber dieses Messer muss trotzdem geschärft werden. Wie viel schuldet er dir, will ich erst mal wissen. Genau 100 Münzen, dieser dreiste Mistgerl. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock, seine Schulden zu bezahlen. Warum sollte ich denn? Jetzt. Ach, ich mache einfach mal, ich begleiche die Schulden, das prügele ich schon aus dem Raus. Endlich, lass mich an die Arbeit gehen. Hier so scharf, als wäre es neu. Schneide dich nur nicht damit. Wir sehen uns. Okay, also ich bekomme ein Huni, plus das, was ich für die Aufgabe gerne hätte. Oh, wo wohnt denn der Bengel? In Kloon. Achso, das ist die Mission. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo der Junge noch ist. Und hier ist ja noch eine Quest. Ich glaube, ich nehme die auch an. Vielleicht können wir irgendwas auf dem Weg erledigen. Wo ist denn jetzt hier? Bogdana, was geht ab? Was kann ich für dich tun? Kann ich dir bei etwas helfen? Da ist ein Oger in meinem Abtritt. Ein Oger auf dem Scheißhaus. Ein Oger? Ein Oger. Er sitzt da schon so lange und ich will keinen anderen benutzen. Die anderen stinken alle. Oger gibt's nicht, aber ich kann nachsehen. Keine Sorge, ich bin Ogerster Fachmann. Für Abtritte, Auftritte und Fußtritte. Genau das bin ich. Und hier ein Scheißhaus rein. Das war bestimmt der Vater hier. Der Sonntags morgens hat der ein Oger da reingeknallt. Moment. 200 Dynastie-Punkt. Jetzt haben wir aber alle Hände vollzogen. Das war gar nicht. Das war gar nicht da. Wir müssen mal hier rüber. Das hier? Ne, eins weiter. Ne, hier. Versprech mal den Oger an, der auf der Schüssel sitzt. Du hörst ein paar unangenehme Geräusche aus dem Inneren des Abtritts. Bist du ein Oger? Ein Oger? Nein, natürlich bin ich kein Oger. Das ist Unfug. Ich... Oh, Schmerzen. Verdauungsbeschwerden? Wirst du das nur erraten? Warte mal kurz. Könntest du mir etwas gegen Vergiftung bringen? Ich flehe dich an. Naja, du brauchst dich zu flehen. Ich hole dir schon was. Ein Gegengift. Okay, wo könnte ich ein Gegengift kaufen können? Stellt sich mir hier die Frage. Wohl kaum bei der Küche. Die wird wohl hoffentlich so gut kochen. Wo kriegt man sowas wie ein Gegengift? Ob ich selber eins herstellen könnte? Aber das lohnt sich ja nicht. Dann muss ich ja den kompletten... Schmied wird sowas auch nicht haben. Komm, wir gehen mal auf Rotte. Ich glaube, solange es noch hell ist. Achso, warte mal. Mit dem Bengel muss ich auch noch sprechen. Alter, Schmied. Ist der hier? Das hier? Ja, und macht sich Sorgen um seinen Sohn und geht zu Ottkas Haus. Dann gucken wir da gleich auch noch mal. Wo wohnt denn Ottka? Ottka wohnt nicht in Astoria. Hä? Wait. Ah, guck mal hier. Ottka wohnt ein bisschen außerhalb oder was? Ja gut, dann mal hin. Ach, das ist die zerfallene Hütte, in der wir schon mal waren, und zwar zwar zum ersten Mal hier waren, da oben. Dann ergibt die jetzt auch mal einen Sinn. Sehr nice. Ja, ja, hier hatten wir uns schon mal umgeschaut. Ich bin mal gespannt, was hier los ist mit Ottka. Und ich bin mir gleich wieder an die Mützehaut. Da ist er. Ottka, mein guter... Nee, das ist Dolpen. Kein Zutritt. Wer bist du denn? Geh dir nichts an, hau ab. Oh. Hey, schau mal hinter dir. Ich würde ja netter Versuch sagen, aber das war es wirklich nicht. Hör zu, ich muss durch diese Tür. Mit oder ohne deine Hilfe. Und du hörst jetzt mir zu. Meine Aufgabe ist es, hier zu stehen und niemanden durchzulassen. Verstanden? Ich mag ein bezahlter Schläger sein, aber ich bin loyal demjenigen gegenüber, der mich bezahlt. Deine Loyalität ist also käuflich? Jetzt sprichst du meine Sprache, Bruder. Als angesehener Geschäftsmann akzeptiere ich verschiedene Zahlungsmethoden, aber ich bevorzuge die Klassiker. Alkohol, Essen und Münzen. Ich bin in Eile, also nehmen wir Münzen. Wie viele willst du? Ich will keine Münzen von dir. Ich will, dass du Schulden für mich eintreibst. Nazibor schuldet mir rund 1000 Münzen. Es wird so einfach wie ein Kleinkind eine rote Beete zu klauen. Warte einen Moment, ich bin schon unterwegs. Ich dachte mir schon, dass es sich zu einfach anhört. Gut, ich komme wieder. Alter, 1000 Münzen? Was geht ab? Oh, jetzt wäre ich bei einer falschen Richtung runter. Da habe ich mir jetzt was aufgehalst. Freunde, Freunde. Oh gut. Versuchen wir mal rauszufinden, ob wir die Knete von Nazibor organisieren können. Oh Gott. So weit tief hier. Ich dachte, ich kann nochmal schnell rüberflitzen. Ah, sie boah knüppelt wieder eine Mine, der arme Kerl. Es wird wohl schwierig, einen Tausender von ihm rauszuprügeln. Hallo. Hallo. Kommen wir gleich zum Punkt. Dalton schickt mich wegen deiner Schulden bei ihm. Aber, aber. Ich habe ihm doch gesagt, dass ich mehr Zeit brauche. Mein Bein ist gerade erst geheilt. Es hat mich ein Vermögen beim Bader gekostet und ich habe gerade erst wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe gerade so genug für Essen. Mir doch egal. Gib die Knete her. Diese dumme, rührselige Geschichte nehme ich dir nicht ab. Gib mir die Knete. Nein. Nee, ich will mich nicht um seine Schulden kümmern. Dazu, ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich bin nur der Bote. Gib mir, was du ihm schuldest. Aber ich habe das Geld wirklich nicht. Du willst alles, was ich habe? Hier, nimm das hier. Ganz genau, 542 Münzen. Nicht genug. Du musst mehr bieten. Aber das ist alles, was ich habe. Oh, ist das gemein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich erkenne einen Lügner, wenn ich ihn sehe. Gib mir deinen Rest oder ich lasse dort wissen, dass du versuchst, ihn zum Narren zu halten. Er kommt mir jetzt aber wirklich vor wie einer, der hart knüppelt für das, was er gerade so für seinen Lebensunterhalt braucht. Sonst würde er doch nicht in der Mine schuften. Oder? Belügt er mich? Ach komm, Geld ist doch egal, oder? Wir sind mal so nett. Damit ich den Rest für dort nur selbst beschaffen müssen. Alle wollen so meine Kohle. Danke, lieber Herr. Du würdest mir damit einen guten Gefallen tun. Naja, leider nur kein Geld mehr. Du bist, dass du nicht zurückzahlen kannst. Jo. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss ich auch noch hier die Leute alle auslösen. Der eine kann sein Messer nicht lönen. Der andere macht Schulden ohne Ende. Kann sie nicht zurückzahlen. Ich komme mit meiner Quest nicht, weil er Leute, Leute. Ich muss aber langsam mal aufhören, so nett zu sein. Jetzt haben wir bei selber nichts mehr. Müssen wir in der Mine knüppeln. So, Dalton. Ich habe dein Geld. Lass mich durch. Du schon wieder? Ja, das scheint alles zu sein. Abgemacht ist abgemacht. Und zu deinem Glück hat mir niemand ein besseres Angebot gemacht. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Schon vergessen. Wo ist denn hier los? Der Bärt ist hier. Und Thomas. Und der Wille. Ey, du bist nicht Otter, richtig? Ich bin verdammt sicher, dass er nicht... Dass du nicht er bist, oder? Äh, natürlich bin ich das. Bist du blind? Natürlich bin ich das. Bist du blind? Scheiße, vielleicht aber nicht blöd, glaube ich. Geh weg. Du solltest nicht hier sein. Und ich sollte nicht mit dir reden. Nicht, wenn der Anführer nicht dabei ist. Du meinst Otter, wer glaubst du hat mich geschickt? Ich weiß nicht. Lass mich in Ruhe. Dann versuchen wir es nochmal bei Wilhelm. Verzieh dich. Du solltest gar nicht hier sein. Wie kommst du da rauf? Mit meinem Kopf und jetzt verschwinde. Was zum Teufel? Geht hier ab? Statt die Gilbert-Bericht. Okay. Gehen wir mal zu Gilbert. Jetzt habe ich ein Tauzi für die drei Helmchen bezahlt. Na gut, einfach eigentlich nur knapp 500. Aber was ist da los? Gilbert. Und? Hast du mit meinem Sohn geredet? Noch nicht. Ich konnte ihn nicht in seinem Haus finden, aber ich fürchte, du machst dir zu Recht Sorgen. Otter scheint dabei zu sein, Schläge auszubilden. Verdammt. Das ist schlimmer als ich dachte. Ich wusste, dass er wütend war, aber ich hätte... Wir müssen ihn finden. Schnell. Nun. Er ist dein Sohn. Wo könnte er sein? Es gibt jemanden, der helfen könnte. Helena tut viel für unser Dorf. Und sie ist sehr aufmerksam. Ich nehme an, sie gibt sich so viel Mühe, weil sie an meine Stelle treten möchte. Junge, Junge. Und, vertraust du ihr? Ich habe keine Angst vor ihr. Sie ist ein guter Mensch. Sie ist nur nicht damit einverstanden, wie ich das Dorf führe. Rede mit ihr. Sie ist wahrscheinlich eher dazu bereit, einem Fremden zu helfen als mir. Vertrau auf dein Urteilsvermögen. Finden wir heraus, was sie weiß. Mark Gilbert. Das ist eigentlich nicht mal nett gewesen. Sie knallt hier ordentlich Reputation rein. Wo ist jetzt Helena wieder? Sprechen wir auch nochmal eben mit Helena. Aber ich glaube, dann müssen wir einen kleinen Break machen. Wo ist die denn jetzt wieder? Ach, da. Was ist denn du hier? Hallo, Helena. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht weißt, wo Otter sein könnte. Möglich. Bitte, Gilbert macht sich große Sorgen. Wie der Vater, so der Sohn. Keiner der beiden sollte andere anführen. Und wer sollte? Lass mich raten. Du? Ja. Selbstbewusst ist er. Hilf mir, Otter zu finden und ich helfe dir dabei, das zu bekommen, was du willst. Das wollte... Nee. Dazu, all das interessiert mich nicht. Ich will nur einem Vater dabei helfen, zu seinem Sohn durchzudringen. Er ist in Pias Tovia, in der Schenke vermutlich. Danke für deine Hilfe. Das war überraschend einfach. Okay. Junge, Junge. Habe ich jetzt hier erstmal alles abgearbeitet, in Skowki. Das heißt, wir werden nach Pias Tovia müssen, um mit Otter zu sprechen. Ich brauche ein Gegengift. Das können wir da vielleicht auch gleich kaufen. Und dann müssen wir das Messer zurück an Schemro abliefern. Nicht zu vergessen, dass ich noch einen Huni extra von ihm kriege. Also, jede Menge zu tun. In der nächsten Folge Medieval Dynasty Expo. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. War ein schönes Ründchen. Ich freue mich aufs nächste. Und, äh... Oh, ihr macht euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Du müsst hier wieder aufpassen, dass ich nicht vom Pferd falle. Warte mal eins. Und nix mehr rüber. Der Tag ist schon bald rum.